Alle hielten Cassie, wie der Titel des Films Promising Young Woman schon sagt, für eine vielversprechende junge Frau, bis ein mysteriöses Ereignis ihre Karriere eines Tages abrupt beendet hat. Jetzt ist in ihrem Leben nichts mehr, wie es scheint. Cassie ist zwar klug und raffiniert, doch führt nachts ein geheimes Doppelleben. Dann gibt ihr eine unerwartete Begegnung die Gelegenheit, mit den Fehlern der Vergangenheit endlich aufzuräumen. Universal Pictures veröffentlicht den Oscar-Gewinner 2021 für das beste Original-Drehbuch in fünf verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Dabei ist Cover-Variante A limitiert auf 405 Exemplare. Alle weiteren Cover-Varianten sind limitiert auf 402 Exemplare. Vor uns liegen haben wir dann Cover-Variante E. Und da widmen wir uns zuerst einmal natürlich dem technischen Datenblatt hier. Wir haben eine C-Card, wo vorne drauf das FSK-Logo ist. Dann haben wir auf der Rückseite den typischen Aufbau mit einer Inhaltsangabe, ein paar Szenenfotos, sowie dem Hinweis, was sich hier alles noch als Bonus-Material auf der Disc befindet. Natürlich gibt es hier eine Limitierungsnummer. Wenn man denn nicht wie ich ein Pressemuster hat, habt ihr hier dann eure Limitierungsnummer drauf. Cover-Variante E ist wie eingangs schon erwähnt limitiert auf 402 Exemplare. Dann haben wir natürlich auch die technischen Daten hier draufstehen. Wir haben eine DTS HD 7.1 Tonspur auf Deutsch mit drauf. Also das ist wunderbar. Und auch ansonsten haben wir hier eben alles Nötige draufstehen auf dieser C-Card. Wir interessieren uns aber selbstverständlich für das Media Book etwas mehr als nur für die technischen Daten und Ausstattung. und gucken uns das Ganze jetzt auch selbstverständlich einmal genauer an. Der Hintergrund ist matt gehalten. Und wie wir hier sehen können, haben wir den Titelschriftzug Promising Young Woman hier mit einer schönen Spotlack-Veredelung drauf. Ja, hebt sich schön hier ab und auch bei unserer Cassie hier unten haben wir nochmal vereinzelte Elemente schön veredelt, die dann auch dementsprechend zum Glänzen kommen. Das passt wunderbar. Drehen wir das Ganze einmal um. Dann muss ich so wegen dem Titel hier drehen. Und auch hier haben wir am Spine auf dem Titel eben so eine Spotlack-Veredelung. Wunderbar. Und oben haben wir dann nochmal unsere Cassie hier drauf. Dann haben wir hier die Rückseite. Die ist komplett clean. Das ist der Vorteil halt an so einer C-Card, dass man hier nochmal ein richtig schönes Motiv drauf machen kann. Ja, kann. Darauf liegt die Betonung. Die Betonung machen ja auch nicht alle, obwohl sie eine C-Card benutzen. Aber auch hier haben wir wieder so einzelne Elemente, die sich dann schön abheben vom matten Hintergrund. Ja, das sieht man. Und vom Motiv her sieht das auch richtig klasse und gestochen scharf aus. Also das passt wunderbar. Von der Verarbeitung her muss ich sagen, nahe an der Perfektion. Ich wüsste nicht, was man besser machen kann. Wir gucken uns gleich das Innenleben an. Aber dieses Mediabook ist absolut top hochwertig verarbeitet und auch eben hier, wie das in der Hand liegt. Wenn wir das Ganze noch mit The Hunt vergleichen, auch aus dem Hause Universal Pictures, dann war ja das schon ein richtig tolles, mega geiles Mediabook. Ja, wo man auch nichts bewegen kann. Und gucken wir uns das Ganze mal im Vergleich jetzt hier noch mit Promising Young Woman an. Dann sehen wir hier allein schon am Steg, dass hier oben das Ganze nochmal dicker gemacht wurde. Und auch die Seiten hier nochmal dicker sind. Und das Ganze verleiht diesem Mediabook eine Stabilität, das echt seinesgleichen sucht. Also von der Verarbeitung her richtig absolut top. Schlagen wir das Ganze einmal auf, um uns auch die inneren Werte anzugucken. Ja, dann haben wir hier eben die Blu-ray Disc. Die nehme ich mal raus. Wir haben einen wunderbaren Innenprint, auch der sehr gut gewählt, mit den beiden Charakteren hier. Einer links, einer rechts. Nichts wird abgeschnitten in der Mitte. Und da haben wir das Booklet auch wunderbar mit eingebunden. Also ich sage ja von der Verarbeitung her, absolut top. Auch hier die Wertigkeit des Papiers nochmal. Richtig klasse, mattes Fotopapier. Hier, da kommen diese Bilder eben nochmal gestochen scharf rüber. Wir haben hier diverse Cover-Varianten, wie wir das Ganze sehen können. Auch noch als Bilder mit im Booklet. Die Bilder selber sind, wie ich jetzt schon erwähnt habe, absolut gestochen scharf. Das sieht richtig klasse aus. Von der Textseitengestaltung, muss ich sagen, das ist ein bisschen schlicht gehalten. Hier einfach nur eine weiße Seite mit schwarzem Text. Das haben wir auch schon etwas kreativer gesehen. Aber vom Inhalt her ist es natürlich wieder sehr interessant. Viele Informationen zum Film, zur Produktion, aber auch zu diesem Genre. Denn der Film ist etwas schwierig einzugliedern hier in ein spezielles Genre. Gehört aber in die Richtung Rape and Revenge sozusagen. Zeigt aber kaum oder keine grafische Gewalt. Es geht hier auch um eine Vergewaltigung, wie wir das im Text hier lesen können. Und dann auch im Film erfahren, die aber nicht gezeigt wird. Gott sei Dank, muss ich sagen, ich bin da überhaupt kein Freund davon. Wenn ich mir mal solche Filme angeguckt habe, also die heftigen, harten Streifen, dann habe ich eigentlich hier nur diesen Revenge-Teil hauptsächlich angeguckt. Weil ich das dann immer klasse fand, wenn eben das Opfer den Spieß umgedreht hat und sich dann an seinen peinigern Recht und das Ganze dann recht blutig und spektakulär in Szene gesetzt wurde. Mit ein paar tollen praktischen Effekten. Das hat mir an solchen Filmen gefallen. Das wird hier aber ebenfalls nicht gezeigt. Also er spart sozusagen mit ganz krassen Schauwerten. Legt den Fokus auf etwas anderes, eben auf die Geschichte unserer Cassie und was dahinter steckt. Und ist aber hier, muss ich sagen, in der Charakterentwicklung doch recht oberflächlich. Auch bei ihr und auch bei den ganzen Männern, die natürlich alle hier irgendwelche schlechten Rollen haben und schlecht wegkommen, bis auf der Vater. Da dachte ich am Schluss, den hängen sie auch noch irgendwas an. Klar, es ist ein Rape-and-Revenge-Film. Sie sucht sich gezielt auch Männer aus, die Arschlöcher sind, auf gut Deutsch gesagt. Aber dennoch wird hier halt dieses typische Klischee bedient, ohne irgendwelche neuen Akzente zu setzen. Und zum Schluss hin, die Abrechnung, wie wir das hier lesen können, Die fällt zum einen unspektakulär aus und zum anderen auch für meinen Geschmack doch recht konstruiert und unglaubwürdig. Für die einen wird es funktionieren, die feiern das. Aber für die anderen funktioniert es leider nicht. Für mich hat es leider nicht funktioniert. Dennoch ist der Film auf jeden Fall einmal sehenswert, um eben von diesem Genre mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Und zwar den aus einer Regisseurin. Und vielleicht kann da der eine oder andere eben dann diesem Genre oder eben so einem Thema und auch natürlich einem guten Schauspiel, was hier mit dabei ist, dann einiges abgewinnen. Also, ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, diesen Film in fünf verschiedenen Mediabook-Varianten zu bestellen. Es gibt auch eine Keepcase-Variante, alternativ für alle, die sagen, ich brauche keinen Mediabook. Aber wenn man schon hier so ein dermaßen echt absolut hochwertig produziertes Mediabook in der Hand halten kann und in seine Sammlung holen kann, ja, dann kann man durchaus zuschlagen, sofern einem denn das Thema und der Film zusagt. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. Servus.